Ich würde sagen, meine Küche ist regional, ehrlich und ein bisschen modern. Essen am Wasser ist das gleiche wie mein Lieblingsprodukt. Ich verbinde damit Fisch, ich verbinde damit Atmosphäre, Landschaft und Ruhe. Für mich ist Essen am Wasser einfach Ruhe und Gemütlichkeit. Man lernt durch Essen nicht nur ein Land oder Leute kennen, sondern du lernst eine ganze Kultur kennen durchs Essen. Essen verbindet so viele Menschen und das ist das, was mir so gefällt daran. Die Küche am Wörthersee ist so irrsinnig vielfältig, dass es gar keinen Ausdruck braucht eigentlich. Vielfältig aus. Punkt.